eine getreidefreie ernährung sinnvoll ja oder nein ich meine hier scheiden sich oftmals die geister grundsätzlich kann man sagen es gibt getreidesorten die können durchaus verfüttert werden letztendlich das gleiche wie mit kohlehydraten die dementsprechend hinzugefügt werden wie bei jeder ernährung die menge macht also immer darauf achten nie mehr als die hälfte an getreide hinzufügen das thema unverträglichkeiten über sensibilisierung oder auch selbst hin zum thema allergie was dementsprechend bei dem einen oder anderen tier hier das getreide von haus aus per se ausschließt natürlich ja dann weglassen aber grundsätzlich spricht nichts dagegen letztendlich getreide mit zu verfüttern sie werden noch feststellen dass in den meisten allgemein futtersorten die auch sie sie auf dem markt bekommen dementsprechend getreide einen ein fester bestandteil ist aber wie gesagt die masse macht es immer darauf achten dass der anteil an getreide nicht zu hoch ist das wäre so meine empfehlung und wie gesagt im fall der fälle wenn hier auffälligkeiten beim hund festzustellen sind den arzt fragen ob hier vielleicht ein hautjucken oder sonst irgendwas zurückzuführen ist auf eine unverträglichkeit gegenüber getreide oder gluten